ARD Text im Auftrag von Funk 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 das ist ja das ist ja nichts mehr ja Tobi! Wo geht denn das? Wo geht denn das? Du musst escape und dann die beiden später, die sich jetzt so nebeneinander sind und dann den ganzen Hab ich doch, ich hab sie jetzt gekreuzt Ja wenn du kreuzt bist du eigentlich richtig Jetzt kann ich grad nicht kreuzen Geh mal weg jetzt hier So jetzt Ich krieg trotzdem, lol jetzt, jetzt geht's los Jawoll Aber Rami, komm da, komm da Ich hab's aus Fuck you Schau mal was sinnvolles aus München Ich würd sagen wir machen den Pause Ja, würd ich auch vorschlagen Ja genau Michi hat's gar nicht drauf Ja So, ich würd sagen wir machen ein paar Päuschen Hallo, was ist in meinem Haus aus, ne? Hallo, schönen guten Tag Ich mach hier den Oh Ich geh mal die Sachen aufsammeln Ein Fall Oh Mann Mein Händler ist Hm Hm Leute, da kam ein Stern runtergefallen Oh Hm Ach Gott, ey, mit euch zu spielen ist wie mit Krebs, ey Wollt ihr Aufwärmepause machen? Ja, würd ich, würd ich so vorschlagen Okay Dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Also, Aufnahme Tschüss Tschüss und wir sehen uns bei einer